Das Fest der 1000 Lichter in Andernach ließ zwei Tage lang das Rheinpanorama an der Konrad-Adenauer-Allee im Glanz der Farben erleuchten. Neben vielen Imbiss- und Getränkebuden wurden dem Publikum ein musikalisches Bühnenprogramm geboten. Sowohl die Riverside Party am Freitag als auch die Partyband Surprise am Samstag begeisterten die vielen Besucher aus nah und fern. Einmal mehr das Highlight war aber das bunte Feuerwerksspektakel am Samstagabend, das die Andernacher Stadtsilhouette in vielen bunten Farben schimmern ließ. Das internationale Gaukler- und Kleinkunstfestival wurde am vergangenen Wochenende zum 23. Mal in der Koblenzer Altstadt präsentiert. Mehr als 40.000 Besucher staunten über Gaukler, Comedians, Artisten und Walk-Acts aus der ganzen Welt, die auf Bühnen, Straßen und Plätzen in der Altstadt auftraten. Neu in diesem Jahr war das Kirchenkabarett im historischen Rathaussaal sowie das Kinderprogramm auf dem Görresplatz. Wir gehen gerne zum Gaukler-Fest, weil die Kinder hier viel Spaß haben und wir mit der ganzen Familie hier einen Tag verbringen können. Beste Stimmung herrschte am Wochenende beim Jubiläumsfest zum 140-jährigen Bestehen des Ahrweiler Wintervereins. Nach dem Festkommerz am Freitag zum Auftakt heizte die Coverband Siegfried Service am Samstagabend den mehr als 1.000 Besuchern bei der Sommernachtsparty mit dem bewährten Rockmix, aber auch vielen neuen Songs im Repertoire ein. Bis tief in die Nacht tanzten und feierten die Gäste bei angenehmen Temperaturen ausgelassen und genossen die edlen Tropfen des Winzervereins. In Brodenbach startete der 10. Berglauf wegen eines Wolkenbruchs mit etwas Verspätung. Dann aber gingen 54 Läuferinnen und Läufer an den Start, um die knapp 7 Kilometer lange Strecke und 192 Höhenmeter bis zur Ehrenburg zu bewältigen. Als erster im Ziel war Julia Jandri vom Team Teletubby. Die Muskeln ermüden halt direkt. Man läuft den Berg rein und direkt machen die Beine zu. Es wird schwer, auch vom Kopf ist es viel anstrengender. Ich meine, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre den deutschen Berglauf auch mitgemacht, aber immer wieder aufs Neue falle ich drauf rein, als wäre der Berg einfacher, weiß ich es nicht. Schnellste Läuferin war Tina Schneider. Sie schaffte den Berg in knapp 25 Minuten. Der Berg ist natürlich richtig heftig. Also normalerweise laufe ich wirklich die flachen Strecken als Training und hatte jetzt einfach mal so mehr oder weniger aus Spaß an der Freude dann wirklich mal so einen Berglauf mitgemacht. Noch nie zuvor einen gemacht, jetzt den ersten und es ist wirklich heftig. Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Nordwestlich der Stadt Mayen im Nettetal liegt das Schloss Börsheim. Die Wohnburg wie auch die Schlossanlage befinden sich im Originalzustand und laden zu einem Besuch im Zeitraum von Januar bis November ein. In den Sommermonaten können Besucher nicht nur Führungen, sondern auch eine Vielzahl an Veranstaltungen besuchen, die das malerische Schloss auf besondere Weise zum Leben erwecken. In diesem Jahr fand erstmals das barocke Gartenfest statt, das mit Musik, Theater und einem festlichen Feuerwerk die Gäste verzauberte. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Mit Blick aktuell zum Loreley ABBA-Festival in St. Gorshausen. Das Open-Air-Tribute am 24. August auf einer der schönsten Freilichtbühnen Deutschlands wird ganz sicher ein besonderes musikalisches Erlebnis, das sich kein ABBA-Fan entgehen lassen sollte. Original-Bandmitglieder wie Jen Kling erzählen zwischen den wunderbaren Songs die humorvollsten Erlebnisse und die spannende Erfolgsgeschichte von ABBA. Und das Beste ist, ihr könnt mit dabei sein. Macht mit bei unserem Gewinnspiel und gewinnt 5x2 Eintrittskarten.